Hallihallo, Servus und Grüß Gott. Im heutigen Video schauen wir uns wieder einen Ableton Live Audio Effekt an und zwar schauen wir uns heute den Korpus an. Falls du den Korpus nicht kennst, dann liegt das vielleicht daran, dass du von Ableton Live nicht die Sweet Version hast, weil in allen anderen Versionen, das heißt in der Light Version, in der Intro Version, in der Standard Version findest du den Korpus nicht. Nehmen wir uns gleich einmal hier den Korpus her, also du findest ihn hier bei den Audio Effekten und wenn du dir jetzt hier diese Einstellungsmöglichkeiten vom Korpus ansiehst, dann wirst du feststellen, dass einige dieser Einstellungen dich sehr erinnern werden an den Collision und das Ganze liegt daran, dass der Collision ein Synthesizer ist, der Physical Modeling verwendet, das heißt der basiert darauf, dass man echte, richtige, physikalische Dinge nachmodellieren will. Und hier der Korpus, der ist eben auch ein Effekt, der hier auch akustische Eigenschaften resonanter Klangkörper simulieren will. Und wenn du dir jetzt hier in diesen Korpus hinein siehst, wir sehen uns jetzt hier das von den Parametern nicht von links nach rechts an, sondern vielleicht so wie es ein bisschen sinnvoller zum erklären ist. Und zwar sehen wir uns jetzt hier zuerst hier diesen mittleren Bereich an, dann hast du hier zur Auswahl sieben verschiedene Klangkörper, die hier simuliert werden. Gehen wir mal hier diese Klangkörper mal ganz kurz durch, was denn diese Klangkörper sind. Also der Beam, der simuliert jetzt die Klang-Eigenschaften von Klangstäbchen, also einfach Stäben, die hier geschlagen werden in unterschiedlichen Materialien und unterschiedlichen Formen, die man dann über die weiteren Parameter noch einstellen kann. Dann als nächstes haben wir jetzt hier Marimba. Marimba ist jetzt hier eine Sonderform von Beam und simuliert eben hier die Klang-Eigenschaften und die besonderen Obertöne, die es eben hier bei einem Marimba-Phone gibt. Dann haben wir hier darunter String. String simuliert eben hier alle unterschiedlichen Seiteninstrumente. Das heißt, es wäre jetzt hier das Richtige, um zum Beispiel irgendwas zu simulieren, was sich in der Art wie eine Violine anhört oder wie eine Gitarre, also alles, was hier Seiteninstrumente sind. Membrane ist dann die Simulation von einer rechteckigen Membran, also zum Beispiel von einem Schlagzeugfell. Dann haben wir hier als nächstes Plate. Also Plate simuliert hier eine flache, rechteckige Platte, eben auch wieder aus unterschiedlichen Materialien. Und als vorletztes haben wir hier Pipe. Also die Pipe, die ist ein Rohr. Und zwar ein Rohr, das auf einer Seite vollständig geöffnet ist und auf der anderen Seite kann man dann über die Parameter einstellen, wie stark hier diese Öffnung ist oder wie stark das eben zu ist. Und Tube ist jetzt hier wieder so eine Sonderform von der Pipe. Und zwar ist das hier ein Rohr, das auf beiden Seiten vollständig geöffnet ist. Und je nachdem, was du jetzt hier für eine Klangeigenschaft auswählst, also für einen Resonanzkörper auswählst, hast du jetzt hier darunter auch etwas unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, hier diese ganzen Parameter, die jetzt direkt darunter sind, mit denen kannst du das ganze Material, die Größe, die Beschaffenheit und so weiter von diesem Resonanzkörper hier einstellen. Du hast dann hier rechts daneben noch die Möglichkeit einzustellen, wie viel, also diese Qualität der Obertöne, also wie viel Obertöne du hier hast. Du kannst das ganze hier von Basic bis auf Full einstellen. Das heißt, bei Basic hast du die geringste Anzahl an Obertönen und bei Full hast du eben hier die möglichst hohe Anzahl an Obertönen, das heißt hier den reichhaltigsten Klang. Allerdings, wenn du das ganze jetzt hier auf Full einstellst, dann brauchst du auch mehr CPU-Leistung und bei Basic brauchst du hier die niedrigste CPU-Leistung. Und Few und Medium sind dann eben einfach Abstufungen noch dazwischen. Ich lasse das Ganze jetzt hier einfach einmal auf Medium stehen, was jetzt hier die Standard-Einstellung ist und gehe jetzt mit euch hier die unterschiedlichen Parameter durch für die unterschiedlichen Resonanzkörper. Aber bevor ich das mache, hören wir uns einfach schon mal an, was jetzt hier der Korpus in der Standard-Einstellung macht. Um euch das Ganze zu demonstrieren, verwende ich jetzt eine Clap und die hört sich so an. Und wenn ich jetzt den Korpus dazu einschalte, dann bedeutet das, dass jedes Mal, wenn ihr diese Clap hier meinen Resonanzkörper anstößt, der jetzt in diesem Fall hier so ein Beam ist. Und das Ganze hört sich jetzt hier in diesen Einstellungen im Prinzip so an, als würde da irgendeine Art von Glocke oder so angeschlagen werden. Gehen wir jetzt einmal kurz hier die einzelnen Parameter durch. Also hier habt ihr eine Decay Time, die ihr einstellen könnt. Also wie lange dauert es bis hier dieses Signal abklingt. Das heißt, mit einer kurzen Decay Time hört sich das Ganze sehr kurz an. Und mit einer langen Decay Time klingt das Ganze eben sehr lange nach. Dann habt ihr hier noch ein Ratio. Dieses Ratio hier ist jetzt für Beam deaktiviert, weil das Ratio, das gibt es nur für Membran und für Play, also nur für die beiden hier. Wir erinnern uns. Membran war eine rechteckige Membran, wie zum Beispiel Schlagzeugfell und Plate war eben eine rechteckige Platte. Und hier kann ich dann mit Ratio einstellen, wie das Verhältnis hier ist, das Seitenverhältnis in diesem Rechteck. Und das verändert mir hier auch den Klang. Beziehungsweise hier bei der Plate verändert mir auch den entsprechenden Klang. Ich stelle das jetzt hier wieder auf Beam zurück. Als nächstes schaue ich mir hier diesen Brightness mit euch an. Also mit Brightness könnt ihr einstellen, ob jetzt die hohen oder die tiefen Frequenzen hier lauter werden sollen. Probieren wir das aus. Also wir hören, wenn wir das raufdrehen, werden hier die hohen Frequenzen lauter. Und wenn wir es hier runterdrehen, werden die hohen eben leiser und die tieferen Frequenzen werden hier mehr betont. Brightness habt ihr hier bei allen Modellen, außer bei Pipe und Tube. Das heißt, ihr seht, wenn ich auf Pipe oder auf Tube gehe, dann ist hier Brightness deaktiviert. Bei allen anderen gibt es Brightness. Direkt darunter habt ihr den Inharmonix-Regler. Den gibt es für alle, außer für Pipe und Tube. Und mit dem Inharmonix-Regler könnt ihr einstellen, wie hier das Verhältnis von den Obertönen ist. Probieren wir das Ganze aus. Das heißt, wenn ihr den runterstellt, werden hier diese Obertöne mehr zusammengequetscht. Und wenn ihr den nach oben stellt, werden diese Obertöne hier weiter aufgeteilt über einen größeren Bereich. Ja, bei Pipe und Tube haben wir gesagt, gibt es diesen Inharmonix-Regler nicht. Und wenn wir jetzt hier auf Pipe gehen, haben wir stattdessen ein Opening. Und zwar, wir erinnern uns, dass so eine Pipe, dieses Rohr, ist eben auf einer Seite komplett offen und auf der anderen Seite kann ich die Größe der Öffnung einstellen. Und das mache ich hier mit dem Opening. Das heißt, bei 100% ist es komplett offen. Das heißt, es wäre dann das gleiche wie hier beim Tube. Das ist immer 100% offen. Und beim Pipe kann ich das eben reduzieren, bis auf 0%, dann wäre eben das andere Ende komplett zu. Hören wir uns das kurz an, wie sich das anhört. Also wir hören hier sehr stark, wie sich hier der Klang verändert. Dann haben wir hier rechts ein Listening L und ein Listening R. Das heißt, dass der linke und rechte Kanal und das Ganze gibt an, wo der Ton abgenommen wird. Das heißt, wird in der Mitte abgenommen, abgehört oder wird in irgendeiner anderen Position abgehört. Und für Pipe und auch für Tube kann man hier diese Parameter nicht einstellen, weil da wird das Signal immer in der Mitte abgenommen. Aber bei allen anderen kann ich jetzt hier das Listening L und Listening R einstellen. Und zwar bedeutet hier 0%, dass ich das Ganze eben wieder genau in der Mitte von diesem Resonanzkörper das Signal hier messe und abnehme. Also so wie wenn ihr euch, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Membrane hätte und ich habe jetzt hier ein Schlagzeugfell, also irgendeine Trommel und ich klopfe auf die drauf, wo, an welcher Stelle habe ich meine Mikrofone, mit denen ich hier diesen Klang von diesem Schlagzeug aufnehmen würde. Und wenn ich das jetzt hier auf 0% stelle, wäre das exakt in der Mitte von dem Schlagzeugfell. Und ich kann mich jetzt hier links raus und rechts raus mit den Mikrofone für links und rechts bewegen. Und die Standard-Einstellung ist eben hier bei 10% und bei 90%. Und ich höre auch, wenn ich das verändere, wie sich jetzt hier der Klang verändert. Und wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich beides auf 0 stelle, das Ganze mehr Mono habe und wenn ich das jetzt hier verstelle und hier an unterschiedlichen Stellen aufnehme, habe ich hier auch ein gutes Stereo-Signal. Und direkt unter dem L und R habe ich hier noch ein Hit. Und das Hit, das gibt mir an, an welcher Stelle ich jetzt hier diesen Klangkörper anschlage. Wenn das Ganze jetzt hier auf 0% steht, bedeutet das, ich schlage ihn genau in der Mitte an. Und wenn ich das dann hier hoch stelle, bis auf 100%, dann gehe ich eben immer weiter und weiter hier zum Rand von dem Klangkörper. Hören wir das auch kurz an. Also da höre ich auch, wie sich eben hier der Klang verändert, je nachdem, wo ich hier diesen Klangkörper anschlage. Dann hast du hier noch einen Materialregler, den haben wir vorausgelassen. Und mit diesem Materialregler kannst du jetzt einstellen, was für ein Material hier den Resonanzkörper hat. Das heißt, wenn du hier niedrige Werte einstellst, bedeutet das, dass tiefe Töne länger brauchen, um auszuklingen und hohe schneller ausklingen. Und bei hohen, Werten ist es genau umgekehrt. Da klingen dann die hohen Frequenzen länger aus und die tiefen Frequenzen, die sind schneller ausgeklungen. Das heißt, bei niedrigen Werten simulierst du dann Klangkörper, die zum Beispiel aus Holz oder Nylon oder Gummi sind. Und bei hohen Werten simulierst du Materialien wie Glas oder Metalle. Hören wir uns das kurz an. Also man hört, dass das hier auch einen großen Einfluss hat. Ja, und bei Pipe und Tube gibt es hier diesen Materialregler nicht. Da gibt es stattdessen einen Radius und dieser Radius, der gibt dir dann an, wie groß praktisch der Radius von deinem Rohr ist. Ob das jetzt hier ein sehr kleines Rohr ist oder ob das Rohr hier einen sehr großen Umfang hat. Das ist ein sehr großen Radius. Dann hast du hier rechts daneben noch einen Filter. Den kannst du jetzt hier über diesen Schalter aktivieren oder deaktivieren. Und hier handelt es sich um einen Band-Pass-Filter. Das heißt, du kannst hier einerseits die Frequenz von diesem Band einstellen und du kannst hier auch das Q, also die Breite einstellen. Das gleiche kannst du jetzt hier auch direkt in der Grafik einstellen, wenn du hier auf den Punkt klickst, den Punkt mit der Maus hältst und dann rechts und links schiebst, um hier die Frequenz zu ändern und auch oben und unten schiebst, um hier die Breite zu ändern. Dann hast du hier darunter noch eine Width, also eine Stereobreite. Und zwar, wir haben hier zwei unterschiedliche Resonatoren. Zum Beispiel stellen wir das Ganze hier mal auf Beamen. Da haben wir hier sowohl einen Resonator, wo wir einstellen, wo praktisch das linke Signal und wo das rechte Signal abgenommen wird und das Ganze ist eben ein Stereo-Signal. Und hier hast du, wenn du das auf 100% stellst, hier die komplette Stereo-Breite. Das heißt, das linke Signal ist nur links zu hören, das rechte Signal ist nur rechts zu hören. Und du kannst hier diese Stereo-Breite auch reduzieren. Wenn du das jetzt komplett auf 0% hinunter drehst, dann hast du jetzt hier ein Mono-Signal, das daraus wird. Also eben überhaupt kein Stereo mehr. Dann gibt es jetzt hier noch ein Bleed. Also ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt, damit man das stärker hört. Und zwar, das Bleed ist dafür da, dass du einstellen kannst, wie viel hier noch vom unbearbeiteten Signal durchbluten soll sozusagen. Und das kannst du jetzt zum Beispiel verwenden, wenn du jetzt hier zum Beispiel auch eine Einstellung hast, wo du sehr wenig Obertöne hast. Und das Ganze hört sich jetzt hier sehr dumm an. Dann kannst du hier noch etwas vom unbearbeiteten Signal hier durchbluten lassen. Dann gibt es hier darunter noch einen Genregler. Mit dem Genregler kannst du einstellen, wie laut jetzt hier dieses bearbeitete Signal ist. Und kannst das lauter machen oder leiser machen. Und dann hast du hier einen Dry-Wed-Regler. Mit dem Dry-Wed-Regler kannst du einstellen, wie viel du noch komplett vom unbearbeiteten Signal haben willst. Das heißt, komplett vor dem Korpus. Und wie viel vom bearbeiteten Signal. Wenn es jetzt so wie hier auf 100% steht, dann hast du nur das durch den Korpus bearbeitete Signal. Bei 0% hättest du hier nur das Ausgangssignal, so wie wenn der Korpus komplett abgedreht wäre. Und du kannst das eben hier dann auch etwas dazu mischen. Zum Beispiel hier auf 50%, dass du beides hörst. Der Korpus hat übrigens auch einen Limiter integriert. Das heißt, für den Fall, dass das Ganze zu laut wird, springt der Limiter an und dann leuchtet hier dieses Pünktchen auf. Probieren wir das einmal aus. Also wir haben jetzt hier sogar schon den Limiter aktiv. Und wenn ich das jetzt hier zurückdrehe, dann ist der Limiter wieder abgeschalten. Und wenn das zu laut wird, springt mir eben hier der Limiter wieder an. Dann hast du hier noch einen Tune-Parameter. Mit dem Tune-Parameter kannst du eingeben, welche Tonhöhe praktisch hier dein Klangkörper gestimmt sein soll. Das ist standardmäßig. Hier unten siehst du, was das für einen Toner gibt. Standardmäßig hier auf ein C3 gestimmt. Du kannst das Ganze aber auch hier nach oben stellen oder nach unten stellen. Und sogar bei einem sehr, sehr weiten Bereich von einem C-1 bis hinauf zu einem C7. Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Töne einstellen. Probieren wir das kurz aus. Also eben tiefer oder höher. Den Feinregler, den kannst du jetzt hier in den Einstellungen nicht einstellen. Der lässt sich nur verstellen, wenn du hier den Sidechain verwendest. Den schauen wir uns nachher an. Hier drunter haben wir noch einen Spread. Und der Spread ist dafür da. Wir haben ja hier zwei unterschiedliche Klangkörper. Und die können wir hier ein bisschen verstimmen untereinander. Und wenn wir das Ganze jetzt hier nach oben drehen, dann wird eben der linke Resonator nach oben gestimmt und der rechte nach unten. Und wenn wir es runterdrehen, genau umgekehrt. Der linke hinunter, der rechte hinauf. Das ist eben hier dieser Spread. Dann habt ihr hier da links noch einen Low Frequency Oscillator. Den kann man hier auch aktivieren und deaktivieren. Also generell, wenn man hier Sachen deaktiviert, schont das natürlich die CPU-Leistung. Wenn man sie aktiviert, dann kann man sie hier verwenden. Hier mit dem Amount kann man einstellen, wie stark sich denn hier dieser LFO auf diese Tonhöhe auswirken soll. Wenn der jetzt auf 0% steht, dann hat der LFO hier gar keine Wirkung. Und wenn man den hier aufdreht, hört man sofort, wie sich hier der Sound verändert. Und mit der Rate kann man einstellen, wie schnell denn hier dieser LFO modulieren soll. Und zwar einerseits hier ein Herz. Und andererseits kann man das Ganze hier auch zum Beat synchronisieren. Und zwar von 8 bars hinauf bis eine 64 Note. Hier über eine Shape kann ich einstellen, ob der LFO hier einer Sinuswelle folgen soll, einer Square Wave oder hier eine Triangle, einer Sawtooth oder einer verkehrten Sägezahns. Oder ob das Ganze hier einfach Zufallswerten folgen soll. Dann habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, die Phase einzustellen. Das heißt, ob jetzt linke und rechte Seite Phasen verschoben sein soll. Das heißt, hier haben sie genau die gleiche Phase. Und hier ist linke und rechte Seite genau seitenverkehrt. Und hier kann ich noch ein Offset einstellen. Das heißt, fange ich dann hier bei meinem Shape hier ganz am Anfang an. Oder fange ich hier irgendwo in der Mitte an irgendeiner anderen Stelle mit dem LFO an. Wenn ich das Ganze jetzt hier von der Synchronisations- und Beat wieder umstelle auf die Hertz, dann habe ich hier statt Phase auch noch die Möglichkeit, hier Spin auszuwählen. Und Spin bedeutet hier, dass, also wenn hier 0% steht, gibt es eben keinen Spin. Das heißt, rechte und linke Seite verhalten sich gleich. Und wenn ich jetzt hier einen Spin einstelle, bedeutet das, dass eine Seite sich hier vom LFO schneller bewegt als die andere Seite. Das heißt, die werden immer mehr, gehen die out of sync und irgendwann treffen sie sich wieder. Das heißt, ich habe hier eben auch einen entsprechenden Stereo-Effekt. Ich stelle jetzt hier für die weitere Demonstration hier diesen LFO wieder ab. Und wir schauen uns jetzt an, was sich jetzt hier hinter dem kleinen Pfeilchen verbirgt. Und hier, wenn man draufklickt, geht ihm hier mein Sidechain auf. Und ihr habt ja vielleicht schon einen Sidechain in anderen Effekten gesehen. So wie zum Beispiel im Kompressor oder wie im Gate. Und beim Kompressor, beim Gate zum Beispiel, ist es so, dass der Sidechain ein Audiosignal ist, das hier reinkommt. Hier ist mein Sidechain ein MIDI-Signal. Das heißt, ich kann hier die MIDI-Kanäle auswählen, die ich habe. Den Kanal 2 kann ich hier nicht auswählen, weil das ein Audio-Kanal ist. Oder ich kann das Ganze hier auch ohne Input machen. Ich stelle das einmal kurz hier auf No Input. Dann kann ich mir hier diesen Frequency-Schalter aktivieren. Das heißt, ich habe hier zuerst hier eingestellt, meine Frequenz, die hier dieser Resonator haben soll. Und ich kann das Ganze hier auch auf Frequency stellen. Und dann bedeutet das, dass hier das Eingangssignal, das hereinkommt, dass das bestimmt, mit welcher Frequenz mein Resonator hier abgespielt wird. Oder stellen wir es vielleicht doch um. Ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen MIDI-Kanal nehmen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel MIDI-Noten vorbereitet. Jetzt kann die hier abspielen. Und dann höre ich, dass hier dieser Resonator mit diesen MIDI-Noten hier abgespielt wird. Und jetzt kann es natürlich sein, dass mehrere Noten, mehrere MIDI-Noten gleichzeitig gespielt werden. Und dann kann ich hier mit Last und Low einstellen, ob ich immer die unterste, tiefste, die tiefste MIDI-Note verwenden will. Und die spielen will hier mit dem Korpus. Oder immer die letzte, die eben hier zum Beispiel auf meinem MIDI-Keyboard gespielt worden ist. Und hier ist dann, sobald ich hier diesen Sidechain hier aktiviert habe, ist hier auch mein Feinregler aktiviert. Weil dann kann ich nämlich hier mit dem Feinregler das Ganze noch fein tunen. Von minus 50 bis plus 50 Cent. Das heißt, ich kann hier einen halben Semitone noch rauf-runter gehen und kann das hier noch genau ganz fein einstellen. Dann PP-Range hier ist die Pitch-Band-Range. Also wenn ich jetzt den Pitch-Band zum Beispiel auf meinem Keyboard verwende. Und das kann ich einstellen von null Semitönen. Das hat gar keine Auswirkung bis zwei Oktaven. Dann kann ich hier unten die Off-Dicay aktivieren. Die Off-Dicay ist jetzt dazu da, wenn ich hier meine MIDI-Noten habe, die reinkommen. Und ich habe praktisch die MIDI-Taste, die wird losgelassen. Dann kann man hier einstellen, dass wenn diese MIDI-Taste losgelassen wird, dass dann der Ton abgedämpft wird. Und wenn ich das Ganze jetzt hier auf null Prozent stelle, dann hat das praktisch gar keine Wirkung. Das heißt, das Abdämpfen funktioniert hier nur aufgrund dieser Dicay-Time. Und wenn ich das auf hundert Prozent stelle, dann erfolgt das Abdämpfen in dem Moment, wo die MIDI-Taste losgelassen wird. Und nicht erst dann, wenn hier diese Dicay-Time erreicht ist. Hören wir uns das einmal kurz an. Also ich höre nur, wenn jetzt hier meine MIDI-Noten spielen. Dann habe ich hier den Klang. Und wenn das aus ist, wird es extrem abgedämpft. Dieses Abdämp-Verhalten kann ich eben hier reduzieren oder im Komplett abschalten. Ja, soviel zu den Parametern, die jetzt hier links stehen. Hier habe ich in der Grafik noch so einen Punkt, wo das dargestellt wird, was hier diese Dicay-Time macht und was hier das Material macht. Das heißt, ich kann das Ganze hier auch einfach mit der Maus nehmen und hier Dicay-On-Material hier steuern. Und hier meinen Ton entsprechend verändern. Ja, und damit werden wir jetzt auch eigentlich alle Parameter durch. Weitere Parameter gibt es nicht. Das, was hier noch gibt es, im Kontextmenü hat sich hier, weil das Ganze nämlich in Zusammenarbeit erstellt worden ist, hier noch ein Über versteckt. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man, dass der Korpus gemeinsam hier mit AAS, Physical Modeling, entwickelt worden ist. Und man sieht hier auch die ganzen Schöpfer sozusagen von diesem Effekt. Ja, wenn du dir den Korpus jetzt hier ansiehst, dann siehst du, dass es hier auch eine ganze Menge an Presets gibt, die du hier verwenden kannst. Wo du dich einmal hier ein bisschen austoben kannst. Also hier zum Beispiel Bright Snare. Probieren wir das Ganze mal aus, wie sich das auf unserer Clap anhört. Also wir hören, dass hier diese Clap damit heller wird. Ja, und das sind hier unterschiedlichste Möglichkeiten, was du hier tun kannst. Ja, wofür kann man den Korpus noch verwenden? Also ich habe euch jetzt hier einen einfachen Drum Loop vorbereitet. Der hört sich so an. Und hier habe ich jetzt einen Korpus draufgelegt. Und dieser Korpus hier, der verwendet hier die Pipe. Und auch wieder hier meine Mininoten, die hereinkommen. Und das Ganze, wenn man das abspielt, hört sich dann nicht mehr einfach so nach Drum Loop an, sondern spielt dann eine relativ coole Melodie ab. Hören wir uns das Ganze mal an. Also so hört sich das ohne dem Korpus an. Und wenn ich jetzt den Korpus einschalte, dann haben wir auf einmal eine Melodie hier, die hier abgespielt wird. Ja, ich hoffe, das Video hat dir was gebracht und hat dir ein bisschen Anregungen gegeben, wofür du den Korpus verwenden kannst. Wahrscheinlich war der Korpus ein Effekt, den du noch nicht verwendet hast, weil ich glaube, das ist ein Effekt, der sehr selten ist und nicht oft zum Einsatz kommt. Aber ich finde, der Korpus ist ein durchaus interessanter Effekt, mit dem man einiges machen kann. Und hier zum Beispiel Drum Sounds auch noch so ein paar nette Elemente hinzufügen kann. Ja, und am besten, du spielst dich einfach mal mit dem Korpus herum, probierst dir die unterschiedlichen Presets selbst aus und schaust, was du so an Sounds aus dem Korpus rausholen kannst. Und wenn du irgendwelche coolen Anwendungsfälle gefunden hast, dann postest du die am besten unten in die Kommentare und teilst die mit den anderen Zuschauern. Oder wenn du irgendwelche Fragen noch hast zum Korpus, dann postest du mir die am besten auch unten in die Kommentare und ich werde sie dir gerne beantworten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder abonnier am besten meinen Kanal und vergiss die kleine Glocke nicht, damit du in Zukunft keine Videos verpasst. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Produzieren. Bis bald. Tschüss!